groß nur hier ist das genf das sind auch wieder schöne sachen hier ist auch eine schöne sache das hat die selbe hier ist schon toll hier wir haben hier alles so schön gehalten so was wie eben was für ein Chiemsee dass man auch so was aufbaut hierher ein Chiemsee tun dann schauen hier ist dieser komische Schauspieler der ein bisschen versucht mir nachweg zu ebeln aber schafft es nicht ganz da habe ich schon ganz anders hier angedreht wie der du Engländer naja, Engländer ist ja auch nicht schlecht die Ladies schaut auch ganz toll aus hier gepflegt gepflegt in ihnen auch ganz super toll das wichtigste ist ja auch immer dass die WCs super sind und dass es auch für Behinderte für ein Pideler die gerät ist und es scheint hier schon zu sein gut beleuchtet gut verständlich fließen also das kann man hier lassen ich in auch Vielen Dank.